Salam Aleikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich will mich ein wenig mit diesem Herrn hier beschäftigen, Hamid Abdel Samad, der hier in Deutschland gefeiert wird als ein Islamkritiker, manche sagen sogar Islamwissenschaftler, wie zum Beispiel der User Lorbas88, der hat das Video hochgeladen mit Hamid Abdel Samad, Islamwissenschaftler. Interessant ist, dass er sich nie richtig positioniert. Auf der einen Seite sagt er, er wäre also ein Ex-Muslim, dann heißt es wieder, er ist ein Muslim, der den Islam reformieren will. Dann wiederum stellt er sich da hin und sagt, die islamische Welt geht komplett unter. Das heißt, er ist ein Tausendsasser und legt sich nicht fest. Zu ihm ist auch zu sagen, dass mir aufgefallen ist, dass in Talkshows, wo er auftritt, er sehr gerne sehr viele Fachbegriffe verwendet, die im Kontext der Debatte nicht passen. Und letzten Endes so wirken auf mich, wie auswendig gelernt und schnell runtergerasselt, um ein bisschen Wissen vorzutäuschen. Denn für mich ist dieser Mann alles andere als wissend. Das beginnt schon damit, dass er tatsächlich an die Muslime herantritt und sagt, dass der Koran irrelevant sei. Er sagt, man müsse den Islam verstehen ohne Koran. Das ist genau so, wenn ich sagen würde, man muss den Kommunismus verstehen ohne Karl Marx. Das soll jetzt bitte nur als Verständnisvergleich dienen. Und der Islam ist eine Religion und keine politische Ideologie. Das wird versucht im Westen so darzustellen, aber der Islam definiert sich selbst im heiligen Koran. Es ist El-Din. Und Din bedeutet, es ist eine Religion und es ist ein Gesetz. Es ist ein ganzheitliches Gesetz. Sowohl für das Individuum, als auch für die Gesellschaft. Das heißt, wenn die Mehrheit sich entscheidet, wenn viele Individuen sich entscheiden, Muslime zu sein, entsteht daraus eine Gesellschaft, die selbstverständlich ihr individuelles Leben auch gesellschaftlich organisiert sehen will. Was ist nun die Intention von jemand, der sagt, der Untergang der islamischen Welt und seine Argumentation darauf stützt, dass man einen Fehler machen würde, man wäre rückständig, wenn man sich immer wieder auf den Koran beriefe. Wenn wir also begriffen haben, dass der Koran eine Offenbarung Gottes ist, ganzheitlich und zwar in der Unterteilung, wie es im Islam ist, Muslim und Mumin und wie die Christen es auch kennen, aber nicht praktizieren oder sagen wir mal nur einen Teil praktizieren, Glaube und Werke. Das heißt, das eine ist, dass man daran glaubt, dass es einen Schöpfer gibt, der dieses alles erschaffen hat, der dieses Universum, diese Welten erschaffen hat und das andere ist, diesem Schöpfer zu dienen und wir dienen ihm, indem wir seine Gesetze befolgen. Das ist die ganzheitliche Religion. Denn durch die Taten, durch die Werke, durch das Dienen, zeigt sich der Glaube. Glaube ohne Werke ist tot. Du kannst nicht sagen, ich glaube und du handelst nicht danach, dann glaubst du eben nicht. Denn wenn du wirklich glaubst, dass dies die Offenbarung Gottes ist, dann musst du dich danach richten. Und der Heilige Koran macht das ganz klar. Wer eine Trennung machen will, zwischen Gott und seinen Gesandten, der ist ungläubig. Warum? Das ist ganz einfach. Weil dieser glaubt an seine Neigung. Dieser wahrhaftige Gott hat sich offenbart durch die Offenbarungen. Wenn ich also den Offenbarungen und somit den Propheten nicht glaube, glaube ich nicht an diesen Gott, der in diesen Büchern sich offenbart, sondern ich glaube an meine Neigung, an einen Gott, den ich mir selber erfunden habe. Ich nehme einfach einen Begriff, Gott, der aus der Offenbarung resultiert, aber belege ihn mit anderen Inhalten. Die Menschen kommen und sagen, ja, ich glaube an einen Gott. Ein Gott, das ist eine Information aus der Offenbarung. Von nirgendwo anders kommt diese Information als von der Offenbarung. Sie wird genommen, aber mit anderen Inhalten belegt. Das heißt, solche nehmen sich ihre Neigungen zum Gott. Das heißt, wenn ich der Offenbarung nicht glaube, glaube ich dem Gott, der sich dort offenbart, nicht und bin damit ungläubig. Das ist die klare Definition. Nun muss man sich fragen, der Untergang der islamischen Welt. Das bedeutet ja, dass es etwas anderes gibt, das für den Untergang sorgt. Es ist niemals möglich, von einem Untergang aus sich heraus zu sprechen, sondern dann gibt es irgendetwas, was einen Untergang auslöst. Das ist ganz klar. Nehmen wir zum Beispiel den Kommunismus. Der Kapitalismus hat den Kommunismus besiegt, hat den Kommunismus untergehen lassen. Und wenn ich es für einen Hamid Abdel Samad mal ganz einfach darlege, so primitiv wie nur möglich, wenn ein Schiff untergeht, dann ist es entweder wie die Titanic auf den Eisberg gestoßen oder gelaufen wie man sagt und ist dann dem Untergang geweiht. Das heißt, es gibt eine Einflussnahme, die den Untergang ermöglicht. Den Islam, den gibt es schon seit nunmehr über 1500 Jahren. und es gab die schwere Zeit des Kolonialismus und es gab viele Unterdrückungen. Nach der Blüte des Islam, nach dem Aufblühen, gab es, wenn wir so wollen, einen Abgang. Den Untergang können wir nicht sagen, weil heute im 21. Jahrhundert ist der Islam die am schnellst wachsende Religion. Und zwar in den wichtigsten Zentren der Welt, in den Machtzentren. Deswegen ja die Islamgegner aufrufen, der Islam verbreitet sich. Das ist eine Erkenntnis, die der Wahrheit entspricht. Und das ist natürlich aber auch logisch für jeden, der ein bisschen seine Ratio verwendet, etwas, was sich verbreitet, um es abstrakt zu formulieren, etwas, was viele Anhänger gewinnt, ist nicht dem Untergang geweiht, sondern hat ein gewaltiges Potenzial. Das andere ist, was will dieser Hamid Abdel-Samad eigentlich zum Ausdruck bringen mit Untergang? Wenn man seine Reden hört oder Vorlesungen aus seinem Buch, was will er uns denn sagen, dass das System des Islam veraltert ist? Das Gesetz des Heiligen Koran ist unverändert. Es ist unverändert. Es gibt keinen Konflikt hinsichtlich der Gesetze, wie sie im Koran stehen. Es gibt lediglich, in ihrer Konsequenz hat das eine größere Bandbreite, aber es gibt lediglich Dissenzen im Zusammenhang mit den Hadith. Da gibt es die Dissenzen. Und das wird dir jeder Islamwissenschaftler sagen. Die Dissens kommt nicht aus dem Koran, sondern aus dem Hadith. Weil niemand sagen würde, dieser Vers im Koran ist ungültig, es sei denn diejenigen, die aus dem Islam rausgefallen sind, und dieser Vers sei stärker gültig, sondern der Koran ist eine Einheit. Wohingegen bei den Hadith gibt es Abstufungen. Der eine sagt, das ist authentisch, der andere sagt, das ist schwach, der andere sagt, das ist zu befolgen, der andere sagt, das ist zu vernachlässigen. Das heißt, die Bandbreite der Interpretation, wie man die Hadith nimmt, sorgt für die Dissenzen. Und selbstverständlich auch historische Verwicklungen. Aber um von einem Untergang zu sprechen, müssen wir über was sprechen? Über das System. Und dann müssen wir einen Vergleich stellen. Das heißt, was stellt er denn dar als das System, das den Islam zum Untergang bringt? Etwa die westliche Welt? Schauen wir uns doch ganz einfach mal die Problematiken an. Zum einen geht der Westen darauf hin, dass er seine eigenen Ideale, auf die er fußt, verkauft. Das heißt, es kommt zu einer Entrechtung des Individuums. Der gläserne Mensch ist in Vorbereitung. Der Mikrochip wartet nur auf seinen Einsatz. Menschen sollen kontrolliert werden, in allen Lebensbereichen. Das heißt, die Freiheit wird verraten. Das ist immer, wenn die Grundfesten eines Systems verraten werden, immer ein Signal, ein Indiz dafür, dass das System, das auf genau diese Elemente basiert, zusammenbricht. dann kommt etwas Neues auf. Dann kommt was auf? Natürlich nicht die Freiheit und die Gleichheit und die individuelle Unversehrtheit im Sinne dieser Freiheit, die unantastbar ist, die Würde, die unantastbar ist, sondern dann kommt eine neue Ära, dass man den Menschen entrechtet, dass man aus ihm einen gläsernen Menschen macht. Das heißt, das ist wiederum eine gewaltige Modifizierung der bisherigen Systeme, auf die man baut. Das heißt, man kann dann nicht sagen, der Westen ist das beständige System. Modifikationen oder Reformen stehen nicht für eine Beständigkeit. Und wenn man sich das Gesetzeswerk ansieht, auf das die westlichen Staaten bauen, muss man ganz klar sagen, sie werden und kommen nie umhin, immer wieder die Dinge zu verändern. Und das kann man nicht damit begründen, dass man sagt, die Anforderungen ändern sich. Sondern es liegt daran, dass man sich selber vergaloppiert. Schaut man sich zum Beispiel das deutsche Rechtswesen an. Wenn man einen einfachen Verstoß hat und sagt, aufgrund von Paragraphen sowieso, habe ich Recht. Das heißt, der Ankläger sagt, ich habe Recht, weil hier wird gegen dieses Gesetz verstoßen. Das würde bedeuten, hier gibt es eine klare Transparenz. Man würde, um es mit dem islamischen Gedanken zu vergleichen, würde man sagen, man habe hier einen Beweis. So wie wir sagen würden, hier ist ein Koranvers, das ist die Autorität und wird durch die Sunna unterstützt und das war's. Und da ist der Verstoß und deswegen ist auch logischerweise das Urteil zu fällen. Ist das im Westen genauso? Mitnichten. Mitnichten. Es kommt gar nicht darauf an, dass man sich auf einen Gesetzestext oder einen Paragraphen bezieht. Sondern für einen Rechtsanwalt kommt es nicht darauf an, dass er sagt, das ist jetzt der Verstoß gegen Paragraphen sowieso und dann haben wir den klaren Gesetzesinhalt zu diesem Gesetzestext. Sondern er wird in der Praxis Folgendes machen. Er wird erst einmal sehen, ob er Präzedenzfälle findet, ob er Urteile findet, ja, am liebsten von höheren Instanzen, möglich auch BGH. Und dabei geht es darum, dass ein Richter bei einem BGH-Urteil den Gesetzestext anders auslegen und interpretieren kann. Es gibt hier eine Bandbreite, eine Variationsbreite. Das heißt, der ursprünglich gemeinte Gesetzestext wird gar nicht mehr eingehalten, sondern es kommt zu Auslegungen dieses Gesetzestextes. Das führt dazu, dass dann die Rechtsprechung, dass die Urteile, die dann gefällt werden, über dem Gesetzestext stehen, weil nach dem Prinzip, wenn einmal dieses Urteil gefällt wurde, zum Beispiel vom BGH und dieser nicht durch einen neuen Gesetzestext ausgehebelt wurde, dann hat dieses Urteil ganz klar die Priorität vor dem eigentlichen Gesetzestext. Das heißt, einmal so entschieden, einmal so geurteilt, also muss in dem vorliegenden Fall genauso geurteilt werden. Die Interpretation des Richters über den Gesetzestext, das zu einem Urteil führt, das von der eigentlichen Absicht des Gesetzestextes abweicht, ist dann maßgeblich und nicht mehr dieser individuelle Paragraf mit diesem hinterlegten Gesetzestext. Die Gesetzestexte sind viel zu kompliziert. Sie sind verwoben und sie widersprechen einander. Es gibt gewaltige Probleme. Das heißt, man hört dann immer, dem steht Paragraf sowieso entgegen, dem könnte Paragraf sowieso entgegenstehen. Es gibt immer wieder Dissenzen. Man hat nicht die Möglichkeit einfach zu sagen, das ist jetzt der Paragraf sowieso, so wie wenn der Muslim sagt, Sura sowieso, Vers sowieso, steht das und das drin, eindeutiger Beweis, wird durch die Sunna gestützt und das ist eine gewaltige Effizienz. Würde man also jetzt rein von der Effizienz sprechen, der Effizienz ein Urteil zu fällen und damit Gerechtigkeit herbeizuführen, ist der Islam bei weitem überlegen. Das westliche System und das geben alle Rechtsanwälte zu. Es muss nicht immer sein, dass man nach Gerechtigkeitsmaßstäben urteilt, sondern, dass sich aus der Rechtsprechung eine Situation ergibt, die durchaus ein ungerechtes Urteil am Ende herauskommen lässt, aber eben innerhalb dieses verwobenen Gesetzeswerkes es sich so ergeben hat, aus der Interpretation der Gesetzestexte und der Rechtsprechung hat sich das so ergeben, weil Paragraf sowieso dem Entgegenstand konnte leider nicht so einfach geurteilt werden. Das heißt, es gibt Konflikte innerhalb der Gesetzestexte, es gibt gewaltige Widersprüche, deswegen braucht man unbedingt einen Rechtsanwalt, der einem sagt, okay, wir haben jetzt zwar diesen Gesetzestext auf unserer Seite, aber dem steht jetzt des und des entgegen und die Gegenseite hat jetzt sogar einen Präzedenzfall vorgebracht, ein Urteil, ein BGH-Urteil, der andere Anwalt stöbert und findet ein ähnlich gelagertes Urteil, das entgegengesetzt urteilt und jetzt geht es nicht mehr um die Gerechtigkeit, sondern es geht um die Stärke der Argumente innerhalb dieses Rechtswesens. Das heißt, ich habe ein stärkeres Urteil, ich habe ein BGH-Urteil, ich habe ein neueres Urteil. Wenn jetzt der Anwalt sagt, er hat ein Urteil aus dem Jahre 2004, sagt er, ich habe aber hier ein Urteil aus dem Jahre 2007 und damit ist mein Urteil neuer. Es geht also gar nicht explizit um die Gerechtigkeit wie im Islam, wo wir ganz klar, das oberste Gebot und oberste Prinzip ist die Gerechtigkeit, sondern es geht um eine eigene Welt für sich, in dem Schach gespielt wird und am Ende abgewogen wird, wer die besseren Argumente hat, besser gesagt, die besseren Urteile vorbringt, die besseren Präzedenzfälle vorführt und damit kann man sagen, ich habe hier ein BGH-Urteil und ich bin fein raus und wenn der Richter den Gesetzestext in seinem BGH-Urteil anders ausgelegt hat für diesen individuellen Streitfall, um den es geht, dann wird es kompliziert, dann wird man überlegen, ist hier ein Analogieschluss überhaupt möglich, das ist dann wiederum individuelle Angelegenheit eines Richters dann zu überlegen, ob ein Analogieschluss überhaupt möglich ist oder nicht, ist es überhaupt möglich einen Analogieschluss zu treffen, weil in diesem Präzedenzfall der Streitfall so und so gelagert war und das muss man dann auf den aktuellen Streitfall wieder zurück übertragen und jetzt streiten die Rechtsanwälte nicht mehr über Gerechtigkeit und Ausgang der Sache, sondern nur noch juristisch über folgenden Punkt, ist eine reine juristische Fechterei, ob der Analogieschluss berechtigt ist oder nicht innerhalb dieser beiden Fälle, das heißt im Präzedenzfall und im vorliegenden zu verhandeln Fall, das heißt wir befinden uns dann in einer eigenen Welt und das führt dazu im Ende, dass nicht immer die Gerechtigkeit siegt und das weiß man und ich sage ganz deutlich, dass ein System, das in Kauf nimmt, das nicht die Gerechtigkeit siegt und letzten Endes wissen, dass der Otto Normalverbraucher das erst, wenn er mal so einen Fall hat, wo er meint, ich habe den schon gewonnen, ich habe die Gesetze auf meiner Seite und plötzlich auf der Verliererstrecke steht, weil er sieht, was dann aus dieser seiner Überzeugung und dem Gesetzestext gemacht wird. Das andere ist, dass die Gesetzestexte viel zu kompliziert sind und auch die Rechtsprechung viel zu kompliziert sind, sodass es immer wieder Möglichkeiten gibt, was die Revisionen angeht und bei Revisionen wissen wir ja selber, Revisionsverfahren, wenn es gerade auch um zum Beispiel Ärztefehler geht, medizinische Angelegenheiten, wer siegt? Derjenige, der sich das dann auch leisten kann, weil es kostet verdammt viel Geld und der Otto Normalverbraucher kommt gar nicht mehr mit, hat vielleicht sogar Recht und er sagt einem Anwalt ihm, sie haben zwar eindeutig Recht, der Fehler liegt da, sie haben Recht auf das Schmerzensgeld, aber das wird erstmal eine riesen Investition für sie sein, bis am Ende der Durchstrecke sie vielleicht gewinnen, man weiß nicht, was ihnen da noch alles blüht und entgegensteht, das heißt, im Zentrum steht nicht die Gerechtigkeit, sondern eine eigene juristische Welt, wo durchaus am Ende ein ungerechtes Urteil stehen kann, das ist im Islam unmöglich, das ist im Islam unmöglich und das ist die Überlegenheit des islamischen Gesetzes, weil es baut, wie Jesaja 28 es schon prophezeit hat, der Maßstab Gottes wird sein, die Gerechtigkeit, darauf baut das komplette Gesetz, was ist jetzt überlegener, Juristen und Winkeladvokaten, die sich in ihrer eigenen juristischen Welt und argumentativ zerfleischen und es geht gar nicht mehr um die Gerechtigkeit, sondern um die Paragrafen gegeneinander abzuwägen, die beiden Präzedenzfälle gegeneinander abzuwägen, die Inhalte, den Analogieschluss gegenseitig abzuwägen, der Präzedenzfall, ist der überhaupt auf den verhandelbaren Fall anwendbar, wie war der gelagert, was sind hier die Schwerpunkte, was war damals für diesen Richtergrund so zu urteilen, welche Aspekte überwogen, wie kann man das auf den vorliegenden Fall übertragen, das ist dann die Aufgabe des Richters das zu prüfen, um zu sehen, ob das Argument des Präzedenzfalles dann stichhaltig ist oder nicht. Das sind alles überhaupt keine Erwägungspunkte, gerecht am Ende ein Urteil zu fällen, sondern man ist ganz klar, die Hände sind gebunden, man ist in so vielen Dingen verstrickt und die Hände sind gebunden, ein gerechtes Urteil zu fällen. Das heißt, das sind Problematiken der hiesigen, man kann jetzt sagen, der hiesigen Juristik, und es ist bekannt, dass ein Winkeladvokat, wie man sie auch gerne nennt, dass der seinen Mandanten rausboxen kann, obwohl das Gesetz nicht auf seiner Seite ist. Und das ist eine gewaltige Problematik, es ist nicht transparent. Vom Steuerrecht will ich überhaupt nicht erst reden. Das ist sowas von verworren und kompliziert und führt letzten Endes nur zu einem Aufblähen der Bürokratie und wenn jemand sein Recht sucht, dann hat er einen jahrelangen Rechtsstreit und am Ende vielleicht sogar ein ungerechtes Urteil. Das heißt, das ist nicht überlegen, das System. Ganz und gar nicht. Der Islam, der Koran und die Sunnah sind überlegen. Sie sind schnell und direkt. Natürlich bedarf es hier einer genauen Analyse, aber immer unter dem Aspekt der Gerechtigkeit. Und die beste Gerechtigkeit ist im Heiligen Koran und der Sunnah, die den Koran erläutert und erklärt. Und das sind die besten Präzedenzfälle. Die Sunnah ist der beste Präzedenzfall. Und es ist nicht ein derart komplizierter Gesetzestext, dass man nicht mehr vorn und hinten weiß. Sondern es ist einfach klar und stichhaltig und würde, damit man nicht immer mit dem Argument kommt, eine moderne Volkswirtschaft braucht ein derartiges Regelwerk, wie zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, in Deutschland, das ist einfach erforderlich, um diese Volkswirtschaft, um diese Wirtschaft, um diese Menschen zu führen. Das ist völliger Unsinn. Das ist völliger Unsinn. Es ist eine Verkomplizierung, die absolut stupide ist. Nebst dem bürokratischen Apparat, der sich dort aufgebläht hat. Ich will jetzt hier nicht alle Details aufführen, das wäre ein stundenlanger Vortrag. Ich will das mal an diesen einzelnen Beispielen klar machen, was hier die Problematik ist, was man hier auch sachlich mal fundiert sehen muss. Und da haben wir die Überlegenheit, dass wir den Analogieschluss sehr einfach bilden können. Und der heilige Koran hat auf jede Situation, auf jeden Streitfall eine Antwort und einen einfachen, klaren Analogieschluss. Ich brauche mir jetzt hier nicht wie viele Semester Jura studieren, um zu wissen, Vorsatz, Fahrlässigkeit und so weiter. Ist im Koran alles festgelegt. Wenn man eine Straftat nimmt, zum Beispiel Mord, absichtliche Mord, der unabsichtliche Mord, fahrlässig, grob fahrlässig, all dieses kann man aus dem Koran einfachst gewinnen. Nur der Mensch ist nicht in der Lage für die Präzisierung. Das heißt, er schwafelt viel, viel drumherum und letzten Endes geht das dann so weit, dass die Gesetzestexte, das muss man sich mal vorstellen, die verabschiedet worden sind und die Intentionen des Gesetzgebers später gar nicht mehr klar sind und in der Rechtsprechung diskutiert werden. Das heißt, es fangen dann an, diejenigen, die nicht Urheber des Gesetzestextes sind, darüber zu philosophieren und zu debattieren und die Worte in dem Gesetzestext selbst noch weiter auszudehnen, sodass es schon weit über dem eigentlich gewollten in diesem Gesetzestext hinausgeht. Also nicht nur durch die Präzedenzfälle, dass man das aushebelt, sondern dass die Anwälte anfangen, bestimmte Begriffe, Schlüsselbegriffe aus diesem Gesetzestext zu nehmen und dann entsprechend mit anderen Paragrafen zu koppeln und zu sagen, dem steht da entgegen und da steht ja nicht das drin und hier ist eine Ausschließlichkeitsklausel, die muss man berücksichtigen, auch wenn sie als solches gar nicht gemeint war, kann eben hier durch Interpretation des Gesetzeswerkes und der Auslegung ein völlig anderes Urteil erfolgen, als es ursprünglich im Gesetzestext vorgesehen war. Wir haben eine absolut nicht gegebene Transparenz und die ergibt sich erst, jeder Anwalt, keiner kann sagen, den Prozess werden wir gewinnen, ist ganz klar, sie haben hier den und den und den Gesetzestext auf ihrer Seite, sondern der Anwalt sagt, wir müssen jetzt erstmal durch, da müssen wir durchkämpfen und schauen, was die Gegenseite bringt. Und das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern das hat mit einer Technokratie zu tun, der man verhaftet ist und aus der man nicht rauskommt. Das ist ein Sumpf. Die einfachsten Konsequenzen, die wir daraus natürlich sehen, ist, dass Streitfälle sich in Jahre ziehen. Mittlerweile auch einfache Forderungsfälle, zum Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, einfache Streitfälle, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, können sich schon in die Jahre ziehen, weil die Gerichte überfüllt sind, überlastet sind. Natürlich auch durch die schlechte Wirtschaftslage mit gewaltigen Mengen von Insolvenzen und Insolvenzanträgen und Insolvenzbearbeitungen und all dieses, das ist ganz klar. Auch, weil eben die Verfahren viel zu kompliziert sind. Und weil es eben erst mal am Anfang hin und her geht, wenn die beiden Seiten sich dann doof und dämlich schreiben, ihre Standpunkte darlegen und dann irgendwann kommt es dazu, dass man den eigentlichen Streitfall verlässt. Da sagt jeder Anwalt, jetzt geht es nicht mehr darum gerecht oder ungerecht, jetzt geht es darum, jetzt kloppen sich die Anwälte und hauen sich die Paragraphen um die Ohren. Diese nicht gegebene Transparenz Normalverbraucher zum Nachteil. Zum gewaltigen Nachteil. Wenn er Glück hat, zum Vorteil. Aber er hat das Problem, dass selbst wenn er meint, er hat das Recht auf seiner Seite, man hört das ja oft, ich habe das Recht auf meiner Seite, ist dieses wertlos. Wohingegen im Islam, wenn ich sage, ich habe hier Sura und Vers auf meiner Seite, da wird keiner sagen, dies ist wertlos, sondern er hat eine Rechtssicherheit, eine klare Rechtssicherheit, eine klare Linie, eine klare Konkludenz. Das heißt, wir haben Konkludenz, es ist ein schlüssiges Verfahren, das dem jenigen, der sich auf Koran und Sunna dann bezieht, wo er weiß, so ist das geart. Sicherlich gibt es Streitfälle, wo es auch ein Hin und Her gibt, aber weil man den Koran verlassen hat, weil man den Koran verlassen hat, in islamischen Ländern, weil man den Koran verlassen hat und eigene menschliche Gesetze kreiert hat, die einfach nicht perfekt sind und immer wieder einer Veränderung bedürfen. Der Koran bedarf keiner Veränderung und ist perfekt. Das kann man natürlich jetzt nicht in einem Vortrag bis ins Exzess beweisen, das geht gar nicht, sondern das muss man begreifen, indem man den Koran liest und indem man mehr und mehr begreift, wie er aufgebaut ist und wie die Analogie-Fälle daraus zu gewinnen sind. Und das kann man nicht erreichen, indem wir ein Hamid Abdel Samad, wenn der kommt und sagt, Leute haben zu viel den Koran im Kopf und glaubt, er könne hier dem Westen vormachen, dass diejenigen, die Muslime sind und den Koran befolgen, dass die irgendwo primitiv im Denken sind. Er bedient sich Klischee-Vorstellungen und möchte damit seine Gedanken hier in Deutschland hoffähig machen. Er weiß genau, dass in arabischen Ländern er für so etwas verteufelt würde und keine Zuhörerschaft dafür gewinnen würde. Deswegen versucht er das hier, insbesondere in einer islamophoben Stimmung genau auf diesen Elementen zu bauen und dann ist es natürlich sehr einfach populistisch zu argumentieren und zu sagen, die Leute haben zu viel Koran im Kopf, wenn letzten Endes die Islamophoben genau dieses hochhalten, dann ist es ja mal schön, aus deren Sicht, wenn sie angeblich einen Muslim haben, der das Gleiche sagt. Das ist natürlich kein Muslim. Das ist nicht mal im Ansatz ein Muslim. Jemand, der sagt, dass der Koran zu vernachlässigen ist, der ist kein Muslim und dann darf er sich halt auch nicht als Islamwissenschaftler geben oder als Islamrepräsentant einer neuen Islambewegung. Was ist das? Das ist Etikettenschwindel. Ich kann nicht sagen, ich nehme mir den Begriff Islam, wie im Heiligen Koran steht, dass wir Muslime sind und unsere Religion, der Islam, den nehme ich mir, den Begriff und sage dann aber, die Primär, die Autorenschaft der Religion, des Islam, der Koran, lege ich beiseite und mache mein eigenes Ding. Das ist Etikettenschwindel. Dann muss er etwas anderes predigen. Nicht Islam, sondern Hamidismus oder Abdel-Samadismus. Keine Ahnung, irgendwas in dieser Richtung. Um deutlich zu machen, dass dies eine individuelle Geschichte hat, die nichts mit dem Islam zu tun hat. Und er kann auch nicht aus dieser individuellen Sichtweise sagen, die Leute haben zu viel Koran im Kopf, wenn er eine andere Ideologie im Kopf hat oder eine andere Religion im Kopf hat. dann ist das Unsinn zu sagen, Leute haben zu viel Koran im Kopf. Er kann ja darauf überhaupt nicht bauen. Er hat den Islam verlassen und braucht den Muslimen nicht mit irgendetwas kommen, mit Verbesserungsvorschlägen oder sonst irgendetwas. Ich kann nicht etwas komplett verlassen und dann mit Verbesserungsvorschlägen kommen gegenüber dem, was ich verlassen habe. Dann habe ich es verlassen. Dann bin ich weg. Offroad. Dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Dann ist doch klar, wenn ich etwas verlasse, dass ich dann am liebsten alles verändern möchte. Das heißt, alles umstellen möchte. Ist doch klar, aber das ist doch dann unlogisch, sich dahin zu stellen als Islamkritiker. Du hast den Islam verlassen, mach was anderes. Gründe eine eigene Religion, aber nimm den Begriff Islam nicht in den Mund. Hast du nicht das Recht zu? Weil Islam kommt durch den heiligen Koran. Und wenn du den Koran ablehnst, mach was anderes. Das ist absolute Etikettenschwindel. Es ist eigentlich, wenn man das so sehen würde, auf Urheberkonstellationen, da muss man sich mal vorstellen, ich mache jetzt das nur als ein Gleichnis, da ist ein Buch und da ist eine Idee in dem Buch und die nehme ich mir raus und sage, die Idee ist gut, diese eine Idee nehme ich, den Begriff, aber ich verwende einen völlig neuen Inhalt und sage, das ist die Wahrheit und sage, das Buch, das letzten Endes diesen Begriff definiert, das soll man vergessen, das soll man an die Seite legen. Das heißt, das Buch, das diesen Begriff definiert, soll man an die Seite legen, dann nimmt er diesen Begriff und definiert ihn neu. Das heißt, das ist Etikettenschwindel. Eindeutig. Und deswegen empfehle ich diesen Hamid Abdel-Samad nicht zu schreiben, der Untergang der islamischen Welt, sondern soll er dann sagen, die Einführung seiner neuen Religion. Denn vom Untergang der islamischen Welt ist darüber hinaus überhaupt nicht zu sprechen, denn der Islam breitet sich aus. Im Westen, in den USA, die am stärkst wachsende Religion und im Westen immer mehr Menschen kommen zum Islam und das ist nicht Zeichen für Untergang, sondern das ist Zeichen für eine Aufbruchsstimmung und das eben auch die Menschen die Wahrheit erkennen und desto mehr Menschen die Wahrheit erkennen, Menschen sind diejenigen, die letzten Endes entscheiden, wie sie geführt werden wollen. Und wenn es eine Mehrheit gibt in einer Gesellschaft, die Muslime sind, dann wird selbstverständlich die gesellschaftliche Führung, die politische Führung muslimisch sein. Das ist doch ganz klar. Und wenn also jetzt mehr Anhänger dazukommen, gehen wir eben dorthin, dass wir nach Koran und Sunnah inshallah regieren wollen, in der Zukunft. Das heißt, wenn wir die Mehrheit bilden, denn die Muslime wollen dies, da kann man denen das auch nicht nehmen, das ist im Herzen verankert. Das ist deren Überzeugung. Solange wir keine Mehrheit haben, können wir das nicht in Anspruch nehmen. Das ist doch eine völlig klare Sache. Das kann man doch auch nicht verbieten. Mind Control geht nicht. Und das, was man in seinem Herzen hat, das ist ganz einfach die Überzeugung. Letzten Endes soll man das natürlich einfach friedlich verkünden. Aber wenn immer mehr Menschen dazu kommen, das anzunehmen und das mehrheitsfähig wird, selbstverständlich wird sich dann die politische Lage, die gesellschaftliche Situation ändern. Wie viele Jahre das dauert, wissen wir nicht. Aber wir machen nichts anderes als die Verbreitung der Wahrheit im religiösen Sinne. Aber klar ist, dass wenn ein Muslim ganzheitlich sein Leben auf Islam ausrichtet, dass wenn die Menschen mehrheitsfähig in der Gesellschaft mehrheitsfähig alle die Individuen, die Menge der Individuen, die ihr Leben auf den Islam ausrichtet, das bedeutet, in der Gesamtmenge richten sie alle ihr Leben auf den Islam aus. Das ist nichts anderes als die Summe der Individuen, die ihr Leben auf den Islam ausrichten. Das heißt, die Gesamtsumme richtet dann ihr Leben auf den Islam aus und will dann eine entsprechende Führung haben, die dieses gewährleistet. Das ist die ganz einfache Geschichte, wie Mehrheiten entstehen und politische Wandel. Jetzt sind wir in der Minderheit, aber trotzdem hat jeder Muslim im Herzen dieses Ideal und das kann ihm keiner nehmen und das kann man auch nicht als verfassungsfeindlich bezeichnen, wenn man eine innere Überzeugung hat, aber nach außen hin der derzeitigen Rechtslage seine entsprechende Treue erweist im Sinne der Dinge, die gesetzlich nun einmal erforderlich sind. Das heißt also, keine Gesetze verstößt und sich so verhält, dass man mit dem Gesetz nicht in Konflikt kommt, kann man so einem Menschen, der dieses Ideal in seinem Herzen hegt, keinen Vorwurf machen. Und abschließend, um es nicht zu lang werden zu lassen, möchte ich ganz einfach sagen, dass ich hier, gerade bei diesem Hamad Abdel-Samad, einfach die Intention sehe, ein Thema aus der islamophoben Sicht zu behandeln und so zu tun, als wäre er ein Muslim-Reformator. Das ist er nicht. Er ist jemand, der aus dem Islam ausgetreten ist und hat dementsprechend aus der Sicht nicht das Recht zu sagen, die Menschen haben zu viel Koran im Kopf, sondern das Problem ist, er hat den Koran verlassen und argumentiert aus seiner Sichtweise, weil er den Koran nicht verstanden hat, nicht begriffen hat und das sieht man auch an seinen Äußerungen, denn, wenn er sagt, dass er ein Mensch ist, der Toleranz sozusagen hochhält, dann erbitte ich mir von ihm die Toleranz gegenüber den Muslimen derartige Provokationen nicht in den Mund zu nehmen und ihre Religion nicht mit Füßen zu treten, denn das ist ganz klar, die Würde des Menschen ist unantastbar und Herr Hamad Abdel-Samad, wenn Sie jemand sind, der dieses hochhält, dann bitte ich Sie darum, die Würde des Menschen nicht anzutasten und aufzuhören, zu proklamieren, nur um damit eben entsprechend profitorientiert Erfolge einzufahren, immer wieder zu proklamieren, der Koran sei irrelevant und gehöre abgeschafft und all solche dummen Sprüche, ich finde einfach Meinungsfreiheit okay, aber wenn Sie wirklich gelernt haben, Toleranz, dann wird es auch Zeit, dass Sie Toleranz gegenüber Muslimen zeigen und wenn Sie das nicht tun, dann zeigt es mir, dass Sie opportunistisch handeln, weil Sie den Islam verlassen haben, richten Sie sich gegen diejenigen, die Sie verlassen haben und das zeigt, dass Sie nicht objektiv sind und dementsprechend auch überhaupt nicht dazu geeignet sind festzulegen oder zu charakterisieren oder ein Urteil zu fällen, ob die islamische Welt untergeht oder nicht, das ist von Ihnen in Ihrem persönlichen Urteil subjektiv und hat nur mit Aversion und Antipathien zu tun, die Sie zum Ausdruck bringen, als jemand, der den Islam verlassen hat, was wir sehr oft bei Ex-Muslimen feststellen, dass sie einfach das Problem haben, nicht einfach nur die Religion zu verlassen und zu schweigen und dann ihr neues Leben zu führen, sondern dass sie dann noch hinterher treten müssen, so als ob sie dann auch andere dazu bewegen wollen, ja, ich verstehe das nicht, wenn man mündig ist und seine Entscheidung getroffen hat, muss man seine Entscheidung sich bestätigt sehen, indem man andere manipuliert, das auch zu tun, ist man dann erst in seiner Entscheidung bestätigt, für mich ist das ein Zeichen dafür, dass jemand nicht überzeugt ist von seiner Entscheidung und deswegen nachtritt und versucht sich selbst die Bestätigung zu holen, indem er auch andere abfallen lässt, um dann zu sagen, meine Entscheidung war doch richtig, machen ja andere auch, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass jemand geistig nicht mündig ist. Damit schließt mein Vortrag und Assalamu alaikum wa rahmatillah, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen, ein tiefes Nachdenken und Herr Hamid Abdul Samad, Sie sollten vielleicht sich eines anderen Themas widmen, vielleicht gründen Sie ganz einfach eine neue Religion, geben der einen Namen und preisen die als neue Erlösung, aber halten Sie sich vom Islam zurück, Sie sind kein Muslim mehr, dann verhalten Sie sich auch so.